Ich begrüsse euch zum letzten Slot an Vorträgen und Workshops heute am Winterkongress. Ich bin Rahel und ich darf heute moderieren den Vortrag «Corona – Das Ende der digitalen Zivilgesellschaft». Ihr werdet gleich Olga Baranova und Hannes Gassert sehen. Sie werden euch diesen Vortrag präsentieren und die provokative Frage wird sicher auch gute Antworten finden, aber wir sind auch offen für eure Fragen dann zum Vortrag. Ihr findet wie immer im Stream unten den Button für den Chat. Ich mache euch jetzt schon darauf aufmerksam, dass ihr während des Vortrags dort Fragen stellen dürft und auch, dass die beiden Vortragenden danach noch für den Off-the-Talk zur Verfügung stehen. Nun möchte ich aber nicht weiter hier Zeit stehlen, sondern gleich die Bühne freigeben für Olga und Hannes, die uns erzählen werden über eben das Ende der digitalen Zivilgesellschaft. Fragezeichen. Danke. Ganz herzlichen Dank und guten Abend. Ich möchte einsteigen mit einem Zitat, mit einer anonymen Zitat, das mir, das uns sehr viel zu denken gegeben hat. Es ist Krieg und im Krieg ist alles erlaubt, hat mir ein wichtiges Mitglied unserer Community, unserer digitalen gemeinsamen Zivilgesellschaft vor einigen Monaten gesagt, als es um die Abstimmung zum Covid-19-Gesetz zum zweiten Mal ging. Unter dem Eindruck stehe ich noch heute und natürlich ganz besonders heute, da tatsächlich Krieg etwas ist, das etwas sehr viel Konkreteres bedeutet als noch vor ein paar Monaten. Wir zwei sind heute hier. Ich bin Hannes, neben mir und nachher gleich in Aktion ist Olga. Olga kommt aus der Welt der Politik, aus der Lokalpolitik als Generalsekretärin einer Partei und hat zuletzt die Kampagne geleitet. Erfolgreich für die Ehe für alle. Ich selbst bin Unternehmer und Aktivist mit Open Source, Open Data und Technologie für Empowerment. Ich möchte euch jetzt mitnehmen zurück auf eine kleine Reise in das Jahr 2020. 2020 und die Geschichte, das Märchen, das Schauermärchen könnte man sagen, fängt an mit, es war einmal ein Virus. Denn es ist heute sehr genau zwei Jahre her, dass wir den ersten Corona-Fall in der Schweiz hatten. 25.02.2020. Und diese ganzen letzten zwei Jahre, was das mit uns gemacht hat, was wir da durchgemacht haben, ich denke, ich spreche da für viele von uns, wenn ich sage, am liebsten würden wir das eigentlich vergessen, hinter uns lassen, okay, das hatten wir jetzt, Fertigmassnahmen, Fertigmasken, vorwärts schauen. Aber ich bin überzeugt, dass wir, damit wir das überhaupt können, einen Schritt machen müssen, gemeinsam, um zu verarbeiten, was diese letzten zwei Jahre mit uns als Community, als digitale Zivilgesellschaft gemacht haben und was wir aktiv darin gemacht haben, miteinander, untereinander und gegen außen. Denn ich bin sicher, bevor wir vergessen können, müssen wir verarbeiten und müssen wir gemeinsam verarbeiten, damit wir da durchkommen, stärker und damit es eben nicht ein Ende ist, sondern vielleicht ein Anfang. Diese Geschichte im 2020, wenn wir uns zurückerinnern, die könnte man auch anfangen mit, es war einmal Ohnmacht. Denn ich glaube, wir alle in der digitalen Zivilgesellschaft waren in einer Situation, dass wir eigentlich ja nichts beitragen konnten. Rechner verhindern kein Corona. Das Internet verhindert hier keine Hospitalisierung. Und da waren wir vor zwei Jahren wirklich in einer Situation, die viele von uns mitgenommen hat, wo wir gemerkt haben, hey, wir können eigentlich gar nichts tun, haben natürlich dann, wie wir sind, trotzdem etwas gemacht. Nämlich zuerst dann im April der erste Versuch, der Ohnmacht zu entkommen mit den großen Hackathons, die damals stattgefunden haben, mit dem Versus-Virus-Online-Hackathon, zehntausende Leute, tausende von Projekten. Und da schon eine breite Beteiligung von Organisationen wirklich aus dem ganzen Spektrum. Zivilgesellschaftliche Organisationen, große Firmen, kleine Firmen und wie wir hier sehen, auch beispielsweise alle politischen Parteien, die sich gesagt haben, doch, irgendwas müssen wir ja tun, machen wir halt mit bei diesem Hackathon. Und wie steht es bei solchen Geschichten? Muss man sich dann fragen, ja, was hat das gebracht? Und viele von uns haben da mitgemacht und mussten uns die Frage tatsächlich stellen nachher. Betreiben wir hier Solutionismus? Also kommen wir hier mit Apps und Big Data und was weiß ich und verkaufen das als Lösungen, wo wir doch wissen, naja, eigentlich sind wir eben ohnmächtig. Und für viele von uns, glaube ich, im Nachhinein war das vor allem eine Art von Therapie, eine Art der Möglichkeit, zusammen daran zu arbeiten und nicht allein zu sein in dieser schwierigen Situation. Und langsam aber sicher ergaben sich dann erste tatsächlich hilfreiche Aktionen, wie beispielsweise HilfJetzt, die das Zusammenbringen von Nachbarn für kleine Gruppen und von Nachbarschaftshilfen, die tatsächlich was gebracht hat für gefährdete Personen. Natürlich kam dann die große, die etablierte Zivilgesellschaft rein. Natürlich kam dann auch sogleich die Wirtschaft rein und hat solche Nachbarschaftshilfe-Tools selbst gebaut, hier Migros und Prosenectute zusammen. Aber die Frage war doch immer da und das Gefühl war doch immer da, machen wir hier nicht einfach Symptombekämpfung, machen wir das ein bisschen besser irgendwie halt klarkommen. Aber das Problem, bekämpfen wir das wirklich? Und dann, glaube ich, aus diesen Hackathons ist etwas passiert, das prägend war für die digitale Zivilgesellschaft und ich glaube weit darüber hinaus, nämlich die Geschichten rund um Contact-Tracing und Proximity-Tracing haben an Fahrt gewonnen. Und das war damals schon der Zeitpunkt, wo ich mit vielen Leuten aus der Community in vielen Chats drin gesteckt habe. Und ich möchte euch nur einen kleinen WhatsApp-Ausschnitt-Screenshot hier zeigen, zum Thema Contact-Tracing. Was? Eine nationale zentrale Datenbank und dreimal der Schrei, da standen wir damals. Und der Durchbruch, die Schweizer Erfindung war dann tatsächlich eben das dezentrale, die Privatsphäre bewahrende Proximity-Tracing, das aus der Schweiz heraus entwickelt wurde, hier erfunden worden ist, eingebaut wurde in iOS, in Android, aber nicht richtig eingebaut werden konnte in die Schweiz, in unsere Prozesse, in unsere Kultur, in unsere Politik der Pandemie. Aber eines ist davon geblieben, eines der Grunddinge, die wir daraus haben mitnehmen können und die auch heute noch eine grosse Rolle spielen, sind drei Grundsätze von diesem Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing, nämlich es war datensparsam, dezentral und open source. Und nicht nur im Code, sondern auch tatsächlich im Gesetz dazu. Und das war ein bewusster Effort von ganz vielen Leuten in all diesen Chats, wo ich euch einen kleinen Screenshot daraus vorhin gezeigt habe, die dann gemerkt haben, hey, wir können nicht nur programmieren, wir können auch tatsächlich etwas verändern in der Politik. Es geht ja eigentlich, es ist super schräg, aber es geht. Und genau daraus entstand CH++. Und dafür gebe ich kurz weiter zu Olga. Vielen Dank, Hannes. Ich wurde ja bereits vorgestellt, deshalb mache ich das kein zweites Mal. Es freut mich sehr, euch auf die, hoffentlich nicht so lange Reise durch die, durch das, durch die, durch die, durch die, durch die CH++ Aktivitäten zu leiten. Es bleibt ein sehr spannendes Abenteuer. Uns gibt es jetzt seit einem Jahr. Hannes hat jetzt gut zusammengefasst, aus welchen Entwicklungen CH++ entstanden ist. Und unsere Vision ist die folgende. Sie ist relativ kurz, relativ bündig für eine handlungsfähige, nachhaltige und wohlhabende Schweiz durch Wissenschaft und Technologie. Und es fehlt hier ein kleiner Nebensatz im Wohl, im Interesse von allen. Natürlich CH++. Unser Credo ist, wir sind unabhängig von wirtschaftlichen Interessen, wir sind unabhängig von Partikularinteressen. Und das, was wir versuchen zu machen, versuchen wir wirklich im Sinne der Gesamtbevölkerung zu machen. Warum jetzt? Hannes hat es bereits natürlich erklärt mit der Pandemie. Aber es geht nicht nur um die Pandemie. Das Pandemie-Management der Schweiz, wir wissen, dass es sehr viele Probleme bereitet hat und immer noch bereitet hat. Aber dieses Pandemie-Management war und eigentlich ist ein Weckruf. Es ist ein Weckruf, was die Illusion von einem innovativen und agilen Staat betrifft. Ich glaube, die Schweiz hat ein sehr positives, hatte ein sehr positives Selbstbild, was das betrifft. Die Schweiz ist in den vergangenen Jahrzehnten innovativ gewesen, kann es immer noch sein, weil ressourcentechnisch, was die Universitäten, die Hochschulen betrifft, was auch die Wirtschaft teilweise betrifft, ressourcentechnisch ist die Schweiz sehr gut aufgestellt. Da, wo es problematisch wird, das ist beim Staat, bei unserer politischen Organisation. Deswegen schreiben wir, es reicht nicht, das Faxgerät aus der Verwaltung zu schmeißen. Es muss ja noch etwas an diesen Platz kommen und vor allem die Verwaltung, die Politik muss mit diesen Veränderungen umgehen können. Es geht vor allem um drei wichtige Probleme. Wie gesagt, wir haben sie während der Pandemie sehr stark gesehen, aber sie sind natürlich nicht neu. Es geht um den technologischen Rückstand in der Politik, in der Verwaltung, auf allen institutionellen Ebenen. Es geht um Wissenschaftskompetenz. Wir haben viel gelacht jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, dass wir die Corona-Statistik nicht richtig lesen können. Aber es war nicht ganz ein Witz. Es geht wirklich darum, dass Menschen, vor allem Menschen, die wichtige Entscheidungen in diesem Land treffen, viel Mühe haben mit wissenschaftlichen Grundsätzen. Es geht nicht um komplexe Sachen, die an der Uni gelehrt werden, sondern es geht um ein grundsätzliches Verständnis von vielen wichtigen wissenschaftlichen Prinzipien, um überhaupt erst wissenschaftliche Evidenz in die Entscheidungsfindung bringen zu können. Und es geht um die Krisenresilienz. Natürlich Covid war wahnsinnig einschneidend, aber es ist weder die erste noch die letzte Krise. Und die Schweiz muss mit allen ihren Ressourcen eben lernen, aus diesen Krisen zu lernen. Das ist natürlich die erste Herausforderung und vor allem auch, sich zu verbessern. Warum CH++? Warum wir eigentlich? Es gibt natürlich viele Akteure in unseren Hauptthemen Wissenschaft, Digitalisierung und Technologie. Aber bei uns ging es wirklich darum, dass wir ein politisches Zuhause schaffen, und zwar für Menschen, die Digitalisierung, Wissenschaft und Technologie hoch priorisieren. Und was wir natürlich auch wollten, ist eine Gemeinschaft zu schaffen, die sehr divers ist. Wir haben viele Mitglieder, auch im Vorstand, auch im Beirat, die selbst aus der Wissenschaftswelt kommen, aus der Technologiewelt kommen, aber eben nicht nur. Und es geht wirklich darum, Menschen zu haben, die aus verschiedensten Welten kommen. Ich persönlich komme aus der Politik. Ich habe technologietechnisch, muss ich selbst noch sehr, sehr viel lernen. Aber ich bringe hoffentlich dann auch Inputs mit, die vielleicht Menschen, die eher in einer technologischen Welt sich weiterentwickelt haben, vielleicht weniger haben. Es geht wirklich darum, diese verschiedenen Kompetenzen zusammenzubringen und versuchen, daraus etwas zu schaffen, was auch viele Menschen verstehen. Weil bei Technologie und Wissenschaft ist man sehr schnell in Welten unterwegs, wo für, sagen wir es mal so, Normalsterbliche die Wörter, die Sätze nicht sehr viel Sinn ergeben. Und es geht wirklich darum, nicht nur die Problemlösungen zu bringen, sondern auch die Probleme erst mal so zu erklären, so zu vulgarisieren, dass man das überhaupt erst verstehen kann und an die Leute bringen kann. Und wir sind natürlich alle unabhängig von auch unserem parteipolitischen Hintergrund oder unabhängig von der auch professionellen Welt, aus der wir kommen. Es geht in erster Linie darum, zu sagen, wir wollen, dass die Schweiz endlich ein Upgrade bekommt, dass sie wissenschaftlich und technologisch endlich diesen Wandel vollzieht. Zum Thema Team. Wie bereits erwähnt, wir haben acht Personen im Vorstand. Es ist wirklich 50-50 Wissenschaft und Technologie und Menschen- und Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaftswelt, aus der Politik, damit wir wirklich so gut es geht Lebensbereiche abdecken. Unser Vorstand hat sich jetzt vor einem Jahr zusammengefunden und ist immer noch sehr, sehr aktiv und freundschaftlich unterwegs. Und wir haben einen größeren Beirat, der sich immer wieder weiterentwickelt. Hier auch mit geballter Expertisekraft. Die braucht man, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das sind Menschen, die uns jeden Tag bei unseren politischen Aufgaben, auch bei unseren Reflexionen sehr tatkräftig unterstützen. Sei es Wissenschaft, sei es Wirtschaft, sei es Recht. Es geht uns wirklich darum, so viel Tatkraft und auch so viel Expertise abzuholen wie möglich. Kommen wir zu den Erkenntnissen, warum CH++, was wollen wir eigentlich verändern mit unserer Organisation? Die Schwächen in der Pandemiebewältigung haben tiefe Wurzeln. Diese tiefe Wurzeln liegen teilweise in der Tatsache, dass unser politisches System ein bisschen im 20. Jahrhundert immer noch feststeckt. Wir haben staatliche Strukturen auf institutionellen Ebenen wie der Bundesrat, wie die Zusammensetzung des Bundesrats, wie die Anzahl der Bundesräte oder auch der sehr stark entwickelte Föderalismus. Diese Strukturen haben sich bewährt, haben sich im 20. Jahrhundert sehr stark bewährt. Aber wir merken immer mehr, dass sie manchmal in besonderen Situationen an ihre Grenzen kommen. Unser Föderalismus ist ein System, das erhalten werden muss. Aber es ist auch ein System, das sicherlich Reformen braucht. Wir haben es auf der Cybersecurity-Ebene gesehen, dass es heute teilweise sehr, sehr schwierig ist, bei nationalen oder sogar bei internationalen größeren Problemen für den Bund, dass es für den Bund schwierig ist, auf kantonal oder sogar kommunaler Ebene einzugreifen. Und das ist natürlich sehr paradoxal, weil die Schweiz ist eigentlich als Bundesstaat entstanden, dadurch, dass man bestimmte Bereiche aus der Politik eigentlich von einer kantonalen Ebene auf eine nationale Ebene gehievt hat, zum Beispiel die Post oder das Geld. Und heute haben wir sehr viel Mühe, wichtige Themen eigentlich wieder von diesem kantonalen Partikularismus auf die nationale Bühne zu hieven. Und das wird einfach in den nächsten Jahren passieren wollen, wenn wir Krisenresilienz wollen. Man muss es auch sagen, es tut weh, aber so ist es. Wir haben einen Kompetenzmangel, vor allem in Politik, wo es einfach darum geht, dass Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen sich eben mit Themen wie Wissenschaft oder Technologie wenig bis gar nicht beschäftigen, weil das teilweise immer noch Themen sind, die auch von den politischen Parteien links und rechts als marginal eigentlich Themen wahrgenommen werden. Und wir haben natürlich die Konsequenzen jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, dadurch, dass teilweise die wissenschaftliche Evidenz zum Beispiel über die Impfungen sehr stark in Frage gestellt wurde. Es gilt also jetzt, die Spielregeln neu zu denken. Wir als CH++ wollen die Probleme strukturell angehen. Was heißt es genau? Wissenschaft und Technologie müssen mehr als beraten und befähigen. Wir wollen einen Staat, der evidence-based handelt, konstruktiv und kritisch und nicht reaktiv. Es geht darum zu sagen, dass Wissenschaft und Technologie die Voraussetzungen sind für den Erhalt und die Verbesserung von Lebensgrundlagen und nicht nur Themen, die irgendwo in den Parteiprogrammen an zehnder Stelle auftauchen. Das heißt, es gilt wirklich, eigentlich die jetzige Logik umzukehren. Wir wollen in diesem Sinne natürlich einen Kulturwechsel, denn die Geschwindigkeit des Internets, die für viele, die meisten eigentlich in diesem Land selbstverständlich ist, kommt in der Politik oder ist noch in der Politik nicht so angekommen, wenn wir das gerne hätten. Und deswegen ist unser Ziel, die ganze, diese geballte Expertise und auch die Lebensrealität der meisten Menschen, die eigentlich von der Digitalisierung auf einer privaten Ebene sehr stark profitieren. Wir wollen diese Realität zusammen mit der, auch der wissenschaftlichen Expertise, wir wollen sie mit der Politik und der Macht verbinden. Das Wort Macht habe ich sehr konsequent gewählt, in dem Sinne, dass man, wenn wir Erfolge wollen, brauchen wir Macht und wer Macht sagt, sagt natürlich Politik. Konkret, wir lassen nicht locker. Ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich die stärkste Ansage von CH++. Wenn wir uns Themen annehmen, ziehen wir sie durch. Konkret, wir schaffen momentan eine Entscheidungsgrundlage für Wählerinnen und Wähler für die nächsten nationalen Wahlen. Es geht um ein ParlamentarierInnen-Rating. Es geht natürlich nicht nur darum, dass sich Wählerinnen und Wähler entscheiden. Es geht natürlich auch darum, die Themen, die uns heute beschäftigen, auf eine höhere Ebene zu hieven, wie das natürlich auch mit dem Klima geschehen ist. Wir wollen auch etwas Ähnliches schaffen und sagen, der Wechsel muss heute kommen. Wir können nicht länger abwarten. Wir machen sehr konsequente Medienarbeit. Wir machen Campaigning, weil es darum geht, natürlich das Framing von diesen Themen so zu setzen, dass sie unabdingbar werden, dass man nicht mehr umhin kann, als sie zu lösen. Und natürlich, es geht um die politische Prioritätensetzung, weil das ist wirklich die erste Herausforderung, die man sich immer in der Politik annehmen muss, wenn man eine Problemlösung möchte. Es geht um den Aufbau einer Mitgliederorganisation bei uns, weil es wahnsinnig wichtig ist, dass nicht nur Experten und Experten sich mit den Themen beschäftigen, sondern eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger. Und natürlich, es geht um Lobbying, weil, wie ich das bereits gesagt habe, Politik ist für diese wichtigen Probleme, die wir haben, eigentlich unabdingbar. Zwei ganz konkrete und schnelle Beispiele. Zuerst das MBAC. Ich weiß nicht, Janis, du möchtest sicherlich etwas dazu sagen. Sonst mache ich einfach weiter. Wir haben ein größeres Projekt gestartet für die MBAC-Vernehmlassung. Es geht um das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben. Einfach, um euch zu zeigen, dass teilweise sehr wichtige Gesetze nicht unbedingt Beachtung finden, weil man sich nicht mal an den Titel richtig erinnern kann. Das ist natürlich ein großes Problem. Und eben, wir haben das mit sehr viel Koordinationsarbeit, mit sehr viel Vulgarisierung, haben wir es geschafft, dass dieses Thema eben auch medial vorkommt, dass sich Politikerinnen und Politiker dafür interessieren. Denn es ist eigentlich ein sehr wichtiges Gesetz, das sonst wahrscheinlich viel zu wenig Beachtung bekommen hätte. Wie ihr das sicherlich wisst, schafft es eine gesetzliche Grundlage für APIs, für Prototypen, für offene Standards und für ganz viele andere wichtige Aspekte der Digitalisierung in der Schweiz. Und wie ihr das sicherlich auch wisst, gab es und gibt es immer noch einen ziemlich handfesten Konflikt mit vielen Kantonen, die leider bis heute einerseits nicht ihre Kompetenzen abgeben wollen und sagen, das ist unsere Aufgabe als Kantone, andererseits weder das Geld noch eigentlich den Willen haben, sich diese Probleme selbst anzunehmen. Und selbst wenn sie diesen Willen hätten, würde es auch nicht ausreichen. Denn diese wichtigen Aspekte müssen in der Schweiz eigentlich auf einer nationalen Ebene geregelt werden. Ein zweites Beispiel wäre das Staatssekretariat für Cybersicherheit, das wir auch medial sehr, sehr präsent eingefordert haben. Und hier gab es einen ganzen Weg eigentlich von unserer Forderung, von einem Zeitungsartikel, von einem Tweet, bis zu einer Stellungnahme des Bundesrates. Ich will nicht sagen, wir haben das erreicht. Es wird noch mehrere Schritte geben, aber es gab einen Mittelschritt mittlerweile in der Politik. Und das ist ein Beispiel, um aufzuzeigen, dass man auch diese komplexen Themen oder auch diese Themen auf eine strukturelle Ebene hieben kann und auch politisch aufarbeiten kann. Es ist möglich. Die Herausforderung ist einfach. Die Schweiz ist eine Zielscheibe für Cyberattacken. Firmen, Gemeinden, Spitäler. Schon mal das in die Schweiz sehr viel in den Medien. Und um das so einfach zu framen und zu sagen, es ist kein Problem von einzelnen Gemeinden oder von einzelnen Firmen, sondern es betrifft uns als ganze Schweiz. War bereits natürlich eine Herausforderung. Es ist schwer manchmal, den Medien aus der Technologiesparte rauszukommen, um diese Probleme eigentlich zu richtigen politischen, gesellschaftlichen Problemen werden zu lassen. Das Problem auf nationaler Ebene sind ungenügende Ressourcen, ungenügende Kapazitäten und auch natürlich teilweise sehr marginale Wahrnehmung durch Politik. Ein großes Problem, das ich bereits erwähnt habe. Unsere Lösungen befinden sich auf einer strukturellen Ebene. Und was wir hier konkret gemacht haben, ist, dieses Problem so zu framen, so in die Medien zu bringen, so auch gemeinsam mit der Politik. Weil natürlich, wenn man Veränderungen möchte, muss man gemeinsam mit der Politik arbeiten, das so weit zu bringen, dass der Bundesrat sich dazu äussern muss. Und ich übergebe das Wort wieder an Hans. CH++ als Pandemiefolge haben wir hier gehört. Also ein Beispiel, wo Corona nicht etwas beendet hat, sondern etwas ins Leben gerufen hat. Und ein weiteres Beispiel möchte ich euch jetzt erzählen. Und das beginnt ebenfalls raus aus diesen Covid-App-Geschichten, die wir vorhin schon hatten, nämlich Swiss-Covid-App-Pacts. Das war damals, 2020, eine lustige Website, wie ihr seht, mit diesen Illustrationen, die rund um diese Proximity-Tracing-App die Fragen der Leute draussen beantwortet hat. Was bringt mir diese App? Was heisst hier eigentlich dezentral? Kann mir jemand vorschreiben, das zu nutzen? Oder verbieten, das zu nutzen? Und diese kleine Kampagne hatte es in sich. Nicht bloß wegen, was sie gemacht hat, sondern wer dahinter stand. Denn dahinter stand, ich glaube, als einer der ganz wenigen Beispiele in diesem Bereich, eine ganze Allianz von Organisationen. Eine Allianz, die sich wirklich gesagt hat, doch, hier setzen wir jetzt uns ein und hier geben wir jetzt unseren Namen und unsere Reichweite und unsere Glaubwürdigkeit rein und ziehen das jetzt durch. Ihr seht hier ein paar von den Logos. Viele von denen kennt ihr. Und ich glaube so, dass alle die einmal wirklich zusammenarbeiten und an einem Strick ziehen, war echt ein gutes Gefühl in dieser schweren Situation damals. Und aus dieser Allianz entstand eigentlich das, was ihr heute vielleicht schon kennt, nämlich die Allianz Digital. Die Allianz Digital unter allianzdigital.ch, die Koordinationsstelle für die digitale Zivilgesellschaft. Die sagt tatsächlich, keine Digitalisierung ohne Zivilgesellschaft und bringt Organisationen einer ziemlichen Bandbreite hier zusammen. Die Überschneidung zur Geschichte davor ist, glaube ich, offensichtlich und sagt wirklich, okay, wir sprechen hier auch einmal zusammen. Wir gehen die Themen, die jetzt wichtig sind, die digitale Selbstbestimmung, die digitale Grundversorgung, die digitale Teilhabe so an, dass wir zusammen als Organisationen dahinter stehen können. Ich glaube, da hat die Pandemie etwas gemacht. Der Druck, den sie ausgeübt hat, hat hier Organisationen zusammengebracht. Diese ganze Arbeit, die kostet aber, die kostet Nerven, die kostet Zeit, die kostet aber immer auch Geld. Und das, glaube ich, war ein weiter großer, wichtiger Schritt, der in diesen letzten zwei Jahren passiert ist, nämlich, dass signifikant Geld reingekommen ist in die digitale Zivilgesellschaft. Ich habe hier nur ein Beispiel aus dem Jahresbericht der Stiftung Mercator Schweiz, die das wirklich sehr stark angetrieben hat, mit im Jahr 2020 3,1 Millionen in Covid-Projekte und Covid-Hilfen und 2,3 in ein Programm Digitalisierung und Gesellschaft. Und Geld hilft natürlich. Das Geld, das in unsere Community floss, während und teilweise auch wegen Corona, das war unheimlich wichtig. Und da dürfen wir, glaube ich, auch echt dankbar dafür sein, dass da Geld so flexibel und großzügig und mutig und entschlossen eingesetzt wurde. Aber Geld macht natürlich auch was mit uns. Es stellt immer Fragen, wer genau bekommt es? Was macht es mit der Macht? Welche Vorgaben sind damit verbunden? Welche Logiken und Benchmarks kommen damit mit? Und natürlich auch, was ist mit der freiwilligen Arbeit? Wie viel von dem, was vorher freiwillig gemacht wurde, wird jetzt tatsächlich in dieser Logik noch gemacht? Da empfehle ich euch tatsächlich die Lektüre mal von einem Jahresbericht. Und da seht ihr auch, dass die Digitalgesellschaft und viele andere hier echt auch finanziell einen Schritt vorwärts gemacht haben. Auch da ein Anfang und nicht ein Ende. Dann kommen wir ins 2021. Und 2021 fing eigentlich dann sehr gut an, wo es in Richtung Covid-Zertifikat dann ging und da auch wieder die Grundsätze durchgeschlagen haben. Datensparsam, dezentral, open source. Das geht nicht mehr weg, dieser Dreiklang. Dieser Ohrwurm ist jetzt drinnen in der digitalen Politik und das ziehen wir jetzt durch. Aber dann wurde es schwierig. Und dann wurde es auch, finde ich, persönlich echt schwierig und belastend, weil dann ist es eskaliert. Dann ist es eskaliert mit Morddrohungen auf Twitter von Leuten, die ich gut kenne. Eskaliert mit Staatsanwalt und mit Pizza. Und zwar ging es da um die zweite Abstimmung dann über das Covid-19-Gesetz, wo eben Geschichte wie Zertifikat und Ähnliches drin abgedeckt waren und wo die Rhetorik dann ziemlich hart wurde. Wurde gesagt, nee, damit führen wir chinesische Zustände ein, damit führen wir Massenüberwachung für alle überall ein. Und gerade auch auf den sozialen Medien ist nicht nur der Ton, sondern ich würde sogar sagen, der Terror wirklich eskaliert. Ich zeige euch ein paar Beispiele. Ich habe die Namen und die Profilbilder überdeckt. Es geht wirklich nicht darum, wer hier jetzt was gesagt hat, sondern wirklich nur, wie wir als Community miteinander umgegangen sind und was wir auch zugelassen haben. Die Ja-Kampagne besteht aus Psycho- und Soziopathen-Wichser. Dann kam die Geschichte mit den Pizza und mit den Sushis, nämlich dass Leute durchrecherchiert wurden, wer sind die, wo wohnen die und dass denen dann wirklich tagelang, wochenlang, jeden Tag Essen auf Rechnung nach Hause bestellt worden ist, das die gar nie wollten, einfach nur aus Terror. Und dann ging es hin und her und weiter auf Twitter und sofort kam Verleumdung, üble Nachrede, Staatsanwalt, die Leute, die, finde ich, beide Seiten, ich kenne beide Seiten Leute aus unserer Community, unsere Leute, die sich vor den Staatsanwalt vor Gericht gegenseitig gezogen haben und wo wirklich dann in einem Cyber-Stammtisch das Zitat gefallen ist. Ja, jetzt ist Krieg und im Krieg ist alles erlaubt. Und es ist nicht Krieg. Es darf nicht Krieg sein unter uns. Und das müssen wir wirklich sowas von unbedingt sicherstellen und dürfen dann auch nie vergessen, dass wenn wir schon denken, es ist Krieg, alles erlaubt, ist dann schon gar nicht. Wer gebracht hat, all das, Theater, nix. Erste Abstimmung, 60 Prozent. Zweite Abstimmung, 62 Prozent. Redet mir nicht von Krieg. Redet mir nicht jetzt von Krieg, weil das wäre wirklich das Ende. Wenn wir so miteinander wieder umgehen, das nächste Mal, wenn eine schwere Entscheidung, eine schwere Situation ansteht, dann haben wir verloren. Denn nur Verlierer gibt es in so einem Krieg. Die Wahrheit, die Wissenschaftlichkeit, die Freundschaft, der demokratische Diskurs, alles am Ende, wenn wir uns so bekriegen. Eigentlich, eigentlich wissen wir das. Aber wir müssen uns immer daran erinnern und wir dürfen nicht zulassen und müssen selbst uns und einander an der Nase nehmen, wenn es wieder in diese Richtung geht. Denn als digitale Zivilgesellschaft sind wir in den letzten zwei Jahren der Pandemie weit gekommen, sind stärker denn je. Die Zivilgesellschaft ist digitaler geworden und wird digital noch mal ein wichtigerer Teil dieser Gesellschaft. Und das bedeutet Verantwortung. Verantwortung füreinander. Verantwortung für das Ganze. Und wenn wir anschauen, was an Herausforderungen und Konflikten ansteht, was es alles zu tun gibt für Wissenschaft und Technologie, für eine handlungsfähige und nachhaltige Schweiz, für alle von uns, dann dürfen wir gar nicht an so einem Ende sein. Dann müssen wir wohl oder übel ganz am Anfang stehen. Jetzt aber sind wir am Ende. Nicht am Ende der digitalen Zivilgesellschaft, sondern am Ende von diesem Vortrag. Ganz herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Hannes und Olga, für diesen grossen Bogen, den ihr da geschlagen habt, vom Krieg hin zu CA++ und am Schluss zurück zum Krieg oder eben hoffentlich kein Krieg mehr. Das hat auch die Leute bewegt. Ich habe schon einige Fragen. Ganz zuerst eine Wortmeldung, die ganz zu Anfang im Chat gefallen ist. Die kam von Miriam und sie hat gesagt, ja, wir haben aber auch alle dazugelernt mit Statistiken in der Pandemie. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Da haben wir tatsächlich dazugelernt. Dann hat Luki gefragt, ob ihr bei den Wahlen 2023 kandidieren würdet, was eure Rolle ist. Und ihr habt einen Teil schon beantwortet. Ihr habt einen Fragebogen, den ihr vorbereitet. Aber was wäre sonst noch geplant für die Wahlen 2023? Und die Anschlussfrage von Luki auch war, und das finde ich auch noch eine spannende Frage, wie wollt ihr eigentlich aus der links-grün-liberalen Bubble herauskommen? Okay. Ich kann das sicher nicht für alle beantworten, aber ich kann es für mich beantworten sicher. Also ich kandidiere nicht. Olga, kandidierst du? Nein. Marcel kandidiert auch nicht. Für mich ganz persönlich war das wirklich auch der Schritt zu sagen, viel von der Energie, die ich in den letzten Jahren in Politik, in einem parteinahen Umfeld investiert habe, die geht jetzt da rein. Und die geht sehr viel direkter in so einer kleinen und jungen und im Internet geborenen Organisation zur Wirkung als leider, wie ich das im parteigebundenen sonst erlebt habe. Die Bubble. Wenn man sich anschaut, wer da im Vorstand ist und im Beirat, dann glaube ich, sehen wir da Leute, die quer durchs Spektrum gehen. Ich glaube, wenn wir die Diversität der Organisation anschauen, dann sehen wir da Leute, ja klar, die haben eine linke Färbung. Da sehen wir aber mit Esther beispielsweise jemanden, der gerade hier in Zürich für die FDP kandidiert hat. Da sehen wir mit Thomas jemanden, Sevcik, der sehr stark den liberalen Diskurs auch mit seinen NZZ-Meinungsartikeln immer wieder prägt. Und wir haben beispielsweise mit den Sicherheitsthemen, gerade jetzt mit dem Staatssekretariat für Cybersicherheit, auch Geschichten drin, wo wir sehr klar sehen, Sicherheit und Souveränität, das sind nicht die klassischen Geschichten der linksgrünen Bubble, sondern da sprechen wir tatsächlich auch mit den Leuten ganz rechts. Und zwar halt konstruktiv. War, glaube ich, alles? Olga, möchtest du ergänzen? Nein. Gut, dann hat Luki nämlich gleich noch eine Frage, die ich sehr interessant finde. Haben denn Wissenschaftler überhaupt genügend Zeit, um in der Milizpolitik teilzunehmen? Das ist, glaube ich, eine der Lösungen, die wir gefunden haben mit CR++. Als engagierte Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, sich zu exponieren auf eine Art und Weise, wie das jetzt während der Pandemie einige haben machen müssen, oder? Also digitale Epidemiologie war nicht ein Rampenlicht-Thema vor drei Jahren. Das waren nicht, all diese Epidemiologen und Virologen waren nicht Leute, die das gesucht haben. Und das war nun mal einfach das Thema. Aber ohne ein Fundament, ohne eine Organisation, die hilft und die auch sicherstellt, dass man sich nicht immer persönlich exponieren muss, sondern dass man auch mal wirklich etwas als Organisation, als Institution sagen kann. Ich glaube, das hat wirklich geholfen und hat auch diese schwierigen Situationen, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erlebt haben, beispielsweise im Kontext der Taskforce, des Maulkorbes für die Taskforce, wirklich auch leichter und besser gemacht haben. Milizpolitik im Sinne von Kandidieren für ein nationales Parlament und daneben noch Weltklasse Wissenschaft zu machen, Nein, das geht nicht. Ein glaubwürdig gefüllter Parlamentssitz ist eigentlich ein Vollzeitjob. Ich habe noch weitere Fragen aus dem Chat für euch und Alex hat gefragt, was denn euch bei der DigiGest, also bei der digitalen Gesellschaft gefehlt hat, dass ihr euch nicht einfach der digitalen Gesellschaft angeschlossen habt. Wobei, ich glaube, ihr habt auch einen Teil der Antwort schon gegeben mit dem Aufzeigen der Alias Digital, aber vielleicht könnt ihr nochmal genau aufzeigen, wo die Unterschiede sind und weshalb es da eigentlich zwei oder noch ganz viel mehr gibt. Ich kenne und schätze die digitale Gesellschaft natürlich schon seit ihren Anfängen. Ich glaube, sehr viele von den Leuten, die sich engagieren, denen bin ich auch persönlich und freundschaftlich verbunden. Die diversen Urgesteine, die ich jetzt heute hier in der Roten Fabrik habe sehen dürfen, haben mich wirklich extrem gefreut. Es ist etwas anderes. Die Wissenschaftlichkeit und die Art und Weise der Kommunikation, die Herangehensweise schon zu sagen, nee, wir wollen nicht jetzt ein spezifisches Gesetz bekämpfen oder eine spezifische Massnahme verhindern, sondern wir wollen eben nicht einen Bug flicken, sondern der sich jetzt irgendwo auf Ebene einer spezifischen App manifestiert, sondern wir wollen den Root Cause, der tief im Betriebssystem liegt, angehen. Und ich glaube, da ticken wir leicht anders, sprechen wir leicht anders und glaube ich auch, sind wir natürlich als Organisation, die von Genf bis Zürich wirklich lebt, schon, glaube ich, per se an einem ganz anderen Ort als historisch, wie die DIGIGES entstanden ist. Wir haben bei vielen Themen eine ähnliche Meinung. Wir sind bei gewissen Themen vielleicht wirtschaftsnäher. Wir sind bei anderen Themen vielleicht noch radikaler. Aber wir machen es, glaube ich, immer auf eine Art und Weise, die, wie ich finde, besonders konstruktiv und progressiv sein will, die nicht bekämpft, sondern gestaltet. Und da, glaube ich, können wir sehr gut zusammenwirken. Da können wir sehr, sehr gut ein Ping-Pong spielen und das machen wir auch schon heute. Dann eine weitere Frage dreht sich um eure Instrumente. Ihr habt da einiges erzählt. Alex, möchte ich jetzt wissen, wie ihr sicherstellen wollt, dass eure Initiativen nicht nur in Ideen von Technologie-Enthusiasten und Forscher-Koryphäen einfließen, sondern auch die Perspektive der Offline-Generation oder Perspektive von Nicht-Akademikern? Ja, sehr gerne. Vielen Dank für diese Frage. Erstmal zum Wort Offline-Generation. Ich glaube, es gibt keine Offline-Generation. Es gibt sicherlich viele Menschen, die weniger mit Online-Sachen zu tun haben als wir. Aber es ist keine Generation als ich. Es gibt auch viele, sehr alte Menschen, die Social Media benutzen oder die, keine Ahnung, ihre Postsendungen per App verfolgen. Denn alles, was Offline betrifft, da muss man sagen, sind die politischen Parteien heute sehr stark. Auch wenn sie das nicht unbedingt so sagen. Wir haben auch viele Kantone, die verlangen zum Beispiel, dass das Digital-First-Prinzip zum Beispiel nicht irgendwo gesetzlich verankert wird. Ich glaube, da sind sehr, sehr starke Stimmen auch dabei. Uns geht es in erster Linie um eine gesellschaftliche Perspektive im Sinne von Endverbrauchern. Ich bin selbst eine Endverbraucherin. Wir wollen, dass Menschen, die auch vom Staat bestimmte Leistungen erwarten, im Sinne von, ja, ich möchte bestimmte bestimmte Sachen übers Internet erledigen können, die dann auch einfach und gut funktionieren, online sozusagen. Wir wollen natürlich diese Perspektive so gut wie möglich einfließen lassen, weil natürlich viele Menschen interessieren sich nicht dafür, wie das dann am Ende funktioniert. Wir haben das Wissen, die die gegessen hat, hat das Wissen, aber das braucht nicht unbedingt jeder und jede zu verstehen. Diese Perspektiven bringen wir ein, indem wir eine Community aufbauen, indem wir selbst natürlich auch alle Endverbraucher sind, egal wie gut wir technisch versiert sind. Wir bringen diese ganz einfache Perspektive ein. Wir machen ein Mitgliedschaftssystem, damit wir so viele verschiedene Stimmen abholen wie möglich. Und auch wir arbeiten natürlich mit Medien und mit Campaigning. Es bleibt immer noch die beste Art und Weise, viele Menschen zu erreichen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt unsere Newsletter lesen. Gut, danke dafür für diese Antworten. Es hat noch weitere Bemerkungen und die eine geht darum, um den Sprachgebrauch, also wie kompliziert darf eine Sprache sein, um niemanden auszuschliessen. Eine weitere dreht sich darum, dass ihr gerade vorher, als ihr gesagt habt, es gibt ganz verschiedene Parteizugehörigkeiten in euren Gremien, dass das nicht angeschrieben ist. Aber da jetzt schon wir etwas über der Zeit sind, schlage ich vor, nehmt diese Bemerkungen mit. Ihr werdet im Aftertalk anzutreffen sein. Ich hoffe, die Leute, die sich noch weiter für die Antworten interessieren, ebenfalls. Wir schliessen hier den Stream. Danke ganz herzlich, Olga und Hannes wart ihr hier. Ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal über CH++ hier gesprochen. Ihr werdet zu hören sein. Ich freue mich drauf und ich wünsche allen, die zuschauen, ganz einen schönen Abend und einen guten Ausklang des Wochenendes. Merci. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.